Und herzlich willkommen zu Dragon Quest, ach, die Reise des verwünschenden Königs. Ja, wir waren jetzt hier beim... Letztes Mal weiß ich gar nicht, was wir gemacht haben. Schon wieder etwas lange her und ich muss meinen Stab ausrüsten, weil ich den gerade abgelegt habe, weil man nichts sehen konnte zur Begrüßung ausrüsten. Aber man sieht, wenn wir vorne sind, dann sind wir nutzlos. So, dann sind wir wieder so verschwunden. Was müssen wir eigentlich machen, machen, machen? Also ich weiß auf jeden Fall zur Erinnerung, dass wir noch Monster gefangen haben, Arena waren und diesen neuen Tal. Ach, nee. Und mich würde interessieren, was machen wir nun? Oh, die Schaffung zu schütteln. Okay, irgendwo am Himmel. Genau. Also müssen wir mal... Aussteigen. Ah, drück immer wieder Select, das ist normal. Ja, müssen wir ja wenn schon hier benutzen. Guck mal hier, das kann ich und das kannst du nicht mit deiner Bibel. Ja, wie das denn wohl sein? Da ist irgendwas. Wow. Ich komme. Keine Ahnung, wo wir sind, aber ich glaube, dass es nichts Gutes ist. Egal, einfach mal in den Kampf rein. Keine Ahnung über das Leben, aber nicht. Ob ich mir Geld besorgen muss oder so. Das muss ich mal direkt schauen. Jetzt kommen natürlich die ersten Monster. Fangen wir mal mit den Monster-Team an, dann wissen wir ungefähr, was sie für so einen Schaden drauf haben. Unser Monster-Team eigentlich schon ganz gut ist, aber noch nicht ganz optimal. Und sie halten. Viel aus. 90. Alter Schwede. Klar, weiter kämpfen. Bam. Ich weiß nicht, was uns jetzt hier erwartet. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht müssen wir uns Geld besorgen oder so. So, das heißt, ich kann jetzt eine Folge wieder machen und mache dann wieder beim nächsten Mal weiter. Das kann ich jetzt nicht so vorausahnen. Weil ich hier noch nicht war. Das ist schon sehr haak für mich hier. So. Ich will mal einen schnellen Angriff machen. Die macht guten Schaden mittlerweile. Oh, aber die machen richtigen Schaden. Das heißt, ich glaube, wir brauchen doch eine bessere Ausrüstung. Oh, 261. Nice. Aber, oh, viel Gold gibt es hier oben. Nett. So eine Art Tempelanlage. Jetzt schauen wir mal nach links und rechts. Da kann ich jetzt nichts ahnen, aber ich laufe mal hier lang. Ah, das ist, was ist das Neos? Ne, was soll das denn? Soll es die Stadt sein? Kann ich nicht. Wusste ich nicht. Zauber. Zack, treffen wir alle. Vielleicht können wir direkt einen Tod schicken. Ähm. Licher Zauber war es denn. Ich glaube, Ka... Ne, Jessica. Es war Ka-Boom. Bände Nummer größer. Braus. Schwupp. Wiedergeburt. Wie war... Na, wir hauen es mal in die Mitte rein. Turbo habe ich da angeschaltet, das ist ein bisschen schneller geht, aber irgendwie ist heute nicht der schnellste Turbo drin. Und dann ist das noch eine... Da halten doch viel aus. Oh-oh. Einen heißen Tanz. Nein, sie kann es kontrolliert mit. immerhin aber sie kann es gut im packt mit ich würde sagen noch mal das die leilung auf jessica dann machen wir multischuss dann wird's hoffen ist es erledigt so da mischt sich irgendwas wieder ein programm ein bisschen geheilt auf jeden fall auf allen monstern ist es ein ganz guter schaden wenn man nicht so richtig kritisiert die teilen dann kommen wir die dann treffen wir wenigstens beide zauber machen noch mal so gut sollt hoffentlich jetzt tot sein ja bestimmt viel hat mehr gold geben sie auch viel das ist schon enorm hier oben nichts wildes gefunden können wir lesen nichts besonderes was finden wir auch nichts mehr hier liegen trümmern und trümmern hier können wir auch nicht weitergehen oh mein gott die sind dicker in der mitte fliehen wollen wir nicht aber dafür rufe ich mal die drei weisen die rocken das fällt hier schon ich bin überlegen wie ich das jetzt mache weil wir hatten ja noch in diesem dreieckteil hatten wir noch viel was wir kaufen konnten für ausrüstung das ist natürlich immer heftig gewesen konzentriert sich ich war wir waren ein wo das tut weh 113 ist ok und so ok die sind schon mal genau machen wir waren so schnell 80 doch doch eigentlich ganz guten schaden jetzt kommen jengals gib gummi 130 der hockt gleich 100 mit wieder 100 zurück naja ob das passiert die leute die leute die leute aua ich glaube dass hier oben wird uns einige minuten und stunden kosten hier 200 gold schon wieder viel haben wir denn 4000 haben wir ich habe glaube ich irgendwie 4000 auf der bank oder so aber dei faktor mit den gestern wieder raus gehen mal oder erkunden erstmal weiter soweit wir kommen interessant wäre es ja für uns ja ich glaube ich habe jetzt einfach was für zwei minuten zu tun hier also doch einige aber schon 500 münzen verdient hier jetzt ringen ausdauersamen die mühe geben wir uns hier und wir das 500 gold ausdauersamen da kommt bestimmt noch mehr 1200 eine urne und ein paar monster okay können wir eigentlich mit ja was machen wir noch noch mal so kaboom und multischuss würde ich sagen hallo einmal bitteschön nicht streitern nicht zweimal wir streiten uns noch nicht geil gar nicht geil so was dann zerstören wir erstmal was alles was in der mitte ist am besten machen wir wieder in der mitte reinreißen machen wir so und hier machen wir zaubern die multi heilung ist nicht wahr auch wenn das angelo noch vorher mit der multi heilung reinkommt oder auch nicht und wir alle gleichzeitig besiegen ich muss sagen also